Hä? Das ist doch eine Einbahnstraße. Finde ich aufregend, hörst du das? Einbahnstraße, sagt er. Guck mal, der Mercedes-Fahrer, der chillt jetzt da aber. Hä? Ich schlich dir jetzt den Streit. Das gibt's doch gar nicht. Ich guck mir das nur an. Ja, scheiß drauf. Bis da vorne kannst du fahren. Hey, jetzt wolltest du dich nicht mehr durch die Einbahnstraße drehen. Ich check das nicht. Das war wieder wirklich ein Paradebeispiel für Deutsch. Der hat sich einfach auf die Straße gestellt und ist nicht gefahren, weil er warten wollte, bis die Frau umdreht und nicht durch die Einbahnstraße fährt. Der wurde gar nicht mehr blockiert. Der stand da einfach, Digga. Welcome to Germany.